In diesem Video möchte ich den Fagus Gabelstapel vorstellen, von seinen Funktionen hören, von seiner Verarbeitung. Klassisch Fagus sehen wir in der Verarbeitung, dass es ohne Nägel und Schrauben gearbeitet ist. Also wie immer ist hier alles blitzblank und sieht optisch sehr schön aus. Weiter ist es so, dass es wieder die rot gefelgten Räder gibt mit Gummi. Man sieht, die laufen wirklich ganz still und haben guten Grip und hinten die Achse ist gelenkbar und damit kann ich den Gabelstapler manövrieren. Das ist die eine Funktion. Von der anderen Funktion her gibt es natürlich auch das Fagus Männchen in verschiedenen Ausführungen. Also das ist hier eine mit diesen getrechselten Männchen. Es gibt mittlerweile auch neuere, die ein bisschen breiter sind oder höher sind. Am Ende ist es fast egal, weil meine Kinder zumindest haben damit seltener gespielt. Ansonsten über die Kurbel kann ich die ganze Gabel nach unten lassen und kann auch diese mitgelieferte Box abstellen. Ich fahre raus, ich kann sozusagen auch die Gabel in einer Höhe arretieren und das Schöne ist, das hat Fagus technisch gelöst. Das heißt, es geht über die Reibung und die Art und Weise, wie diese Schnur hier drin läuft und dementsprechend hält das auch wirklich fest und selbst wenn ich jetzt hier fahre, ist es so, dass das nicht nach unten rutscht oder ähnliches. Es gibt einen Hochpunkt bis wohin, dass ich drehen kann und dann hört das ganze auf. Also es verlängert sich nicht weiter, aber es ist ausreichend hoch, um Fagus Fahrzeuge mit diesem Gabelstapler zu beladen. Alles in allem kann ich den Gabelstapler total empfehlen. Er ist wirklich wertig verarbeitet und macht echt Sinn, so ein Teil zu haben als Ergänzung, wenn man schon irgendwie andere Fahrzeuge haben, die auch mit Gabelstapler arbeiten. Oder beim Kran ist es ähnlich, beim Kran ist es ähnlich, dass der auch solche Boxen tragen kann. Da gibt es einen Gabelstapler-Einsatz für einen Kran, den kann man am Haken hängen und da lohnt sich sowas. Das wär's von diesem Video. Macht's gut! Ich wünsche euch viel Spaß beim Einkaufen und einen Link zu diesem Gabelstapler gebe ich euch mit in der Beschreibung. Tschüss!